Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Cash of Clans mit mir dem leicht angesäuselten Thorsten. Ja, woran das liegt, das habt ihr jetzt gerade im Submail gesehen. Dip Fails, also hier gab es heute ganz ganz viele Dip Fails. Ich mache dem Clan jetzt keinen Vorwurf. Ich dippe auch immer gerne mal Fail, aber ich meine, ich habe jetzt heute Abend fairerweise mal tatsächlich irgendeine Armee für irgendeinen Zehner, den ich dippen durfte, durfte. Ja, also ich habe zuerst einen Elfer angegriffen mit dem Avatar, dann durfte ich einen Zehner dippen und ich habe wirklich irgendeine Armee gebaut, irgendwas mit Luft. Das geht auf einen Zehner, glaube ich, oder das geht irgendwie auf einen Zehner immer. Aber wenn man immer mit der gleichen Armee angreift, dann darf man sich nicht wundern, dass man hier am Ende verliert, nämlich nur nach Prozenten. Und wir hätten hier so locker nach Sternen gewinnen können. Das wurmt mich mal wieder ein bisschen, muss ich sagen. Das wurmt mich mal wieder wirklich, denn hier unten, es sind Zehner aufgeblieben, da könnte ich kotzen, ehrlich. Ich meine, 99 Prozent von Rathaus 12, das ist auch sehr sehr unglücklich vom Tempi, muss ich mal sagen. Also der Tempi ist gerade mal so Rathaus 12, aber ich muss dazu sagen, der Tempi hat auch schon als Rathaus 11 Max Rathaus 11er gelegt. Woran liegt es? Woran hat es gelegen? Deswegen, keine Ahnung, ich gucke den Angriff jetzt zum ersten Mal, denn ich konnte hier heute Abend nicht mehr hingucken, was hier gerade so wieder sich in den letzten halben Stunden so abgespielt hat, so kurz vorm Stream. Naja, ich meine gut, ich habe mit meinem Zehner auch nicht gut angegriffen. Mit dem 9er habe ich den zweiten Angriff erst gar nicht gemacht, weil mir mal wieder Bases geklaut wurden, die ich auch mal wieder geflaggt hatte. Und da habe ich dann heute auch mal wieder keine Freunde gehabt und habe denjenigen gleich gekickt. Ich meine, ich setze mir gestern Abend als Rathaus 9 mit dem Chefkoch, mit dem hier, eine Flagge auf einen Rathaus 9er. Und irgendein Zehner macht ihn dann einfach. Und das war ein Zehner, der hier die ganze Zeit mit GoVibe angreift, schon seit Rathaus 9 Zeiten. Da hat er immer mal wieder ein bisschen Glück gehabt mit seinen Dreiern. Aber er macht das einfach weiter als Rathaus 10er. Und da hatte ich heute dann keine Gnade, beziehungsweise da ist mir so ein, es ist mir nicht die Sicherung durchgebrannt. Aber ich muss schon sagen, das hat mich ganz schön, das fand ich nicht mehr so schick, muss ich sagen. Den musste ich leider kicken, denn ewig nicht sagend irgendwas machen hier, Flaggen nicht mehr beachten und keine Absprache treffen. Ich meine, das ist jemand, der hier nie ein Wort sagt, dann bin ich auch echt der Letzte, der dann sagt, ach komm, der war schon immer hier, den lasse ich jetzt mal hier. Nee, den habe ich jetzt mal rausgepfeffert. Ich glaube, das war hier unten, mit dem hier hatte ich den Chefkoch eigentlich drauf geplant. Und, naja, das war noch der eine Dipfail, aber wir haben noch mehr Dipfails hier. Ähm, noch mehr Dipfails gehabt, gar keine Frage, kann ich, ich mache, ich nehme da jetzt kein Blatt vom Mund. Ich meine, ich habe mit meinem 10er auch nicht gut angegriffen, mit dem Alex zweimal eigentlich einen Scheißangriff hingelegt. Der Klaus hat es halt schon ein bisschen besser gemacht. Nightclash weiß ich auch nicht, was der sich immer für Armeen einfallen lässt. Master brauchte seinen nicht mehr machen, seinen zweiten konnte eh nichts mehr holen. Mit dem Chefkoch, ja, habe ich euch gerade erzählt, wie das so war. Und, ähm, auch hier, unser Frisch L war hier, der Rainbow Man. Nein, ähm, Mann, 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 das ist auch ein Dip, das ist auch ein Dip. Ich meine, okay, er ist jetzt nur ein 10er. Sind wir mal ehrlich, der 3er worden, der zählt nicht wirklich, da hast du keine Fähigkeit, da hast du nur eine Aura. Und, ähm, aber dennoch, das sind 2er Infernus hier. Und ich kann mich auch daran erinnern, auch der Regenbogenmann hat als Rathaus 10er 10er gedreiert, auch Max 10er. Äh, warum, warum funktioniert das nicht mehr? Die gehen ja alle ein Rathaus hoch und kriegen nichts mehr gebacken. Ist das vielleicht so? Keine Ahnung. Ist echt merkwürdig. Und auch eine merkwürdige Armee hier, mit, ähm, Babydrachen, ähm, Slammer. Ich meine, okay, das kann, eigentlich kann man es ja machen. Mal gucken, wie er das gelöst hat, wie man hier so eine Queen in der Mitte rauskriegt. Äh, mal sehen. Bin ich wirklich mal gespannt jetzt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe ab einem gewissen Zeitpunkt hier heute Abend nicht mehr hingeschaut, was hier passiert. Ähm, also, aber trotzdem, das soll jetzt keine Haterfolge sein oder so gegen den Clan hier oder so. Aber manchmal gibt es auch ein paar Situationen, da bin ich auch ein bisschen, ich bin da ein bisschen ungehalten, muss ich sagen. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr, ja. Da gehen die Leute hoch, schicken hier ihren Slammer und ihre Loons gegen die Queen. Ich meine, ist ja schick. Da ist jetzt eine Luftabwehr raus. Ja, super. Aber, aber, was hat es denn jetzt gebracht? Da ist noch eine Queen in der Mitte. Mann, Mann, Mann. Und wenn man sich den Angriff vorher anguckt, dann weiß man auch, dass da ein Lava-Hund drin war. Da kann man sich ja ein bisschen drauf einstellen. Ich meine, okay, der geht jetzt nur ein bisschen auf die Queen. Da ist jetzt ein Babydrache mit bei und irgendwie wären es ja dann doch noch irgendwo zwei Sterne. Ich weiß gar nicht, wie er das noch gemacht hat hier. Gucken wir mal, ich habe nur gefragt im Chat, werden das drei Sterne beim Rainbow Man? Nein, werden nur zwei Sterne, naja, ich bin ja nicht durchgedreht, aber trotzdem dieser eine blöde Stern, der uns jetzt gefehlt hat, den hätten wir hier locker rausholen können, vorher schon rausholen können. Dann hätten wir hier letztendlich nochmal so ein Rathaus länger oder mehr getnackt hier mit vergebenen Angriffen, aber ist dann halt manchmal so und dann hast du halt nicht mehr das Glück des Tüchtigen. Die Queen geht noch ganz gut durch, aber das war es dann auch. Hier ist viel zu viel Defense und noch Luftabwehren vor allen Dingen. Was denkt man sich dabei? Was muss denn eigentlich weg in so einer Base? Weiß ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung, aber ich habe diese Armee hier, ich schwöre, die habe ich einfach so gebaut, die habe ich einfach so gebaut, weil ich genau wusste, ich dippe hier einen Zehner. Ich meine, klar, ich bin ein Max-Elfer und habe vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung als unsere anderen Hit-Dipper, keine Ahnung, aber ich meine, ich greife hier mit Luft an. Was muss hier weg? Eine Queen muss hier weg in der Mitte und es muss hier weg so ein paar, vielleicht eine Luftabwehr oder so, keine Ahnung, so ein paar Außengebäude. Auch hier, selbst der Angriff war noch nicht mal gut, der war noch nicht mal gut. Auch der war scheiße, ich habe jetzt den Feger gefrostet. Wofür? Der hat erst einmal meinen Ballon weggepustet und danach nichts mehr. Der war unnötig zu frosten, also auch hier eigentlich ein kleiner Fail von mir, aber ich habe es dann irgendwie noch, weiß ich nicht, habe es dann irgendwie noch reißen können. Ich habe jetzt eine Elektrone da drin, das heißt also, hier kommt jetzt der Klonzauber auf und ich habe es auch noch nicht mal geschafft, denn ich wollte eigentlich tatsächlich den Elektro-Dachen klonen. Ist mir nicht gelungen, macht aber nichts. Habe ich halt ein paar Lohns geklont und der Elektro-Dachen macht mir aber genau das, was er machen soll. Er macht ein bisschen Queen weg. Er macht mir noch nicht mal den kleinen Baby-Dachen weg. Da habe ich jetzt auch gedacht, wie machst du denn das jetzt? Der kann ja ganz schön nerven, auch bei so einem Dip. Aber egal, hier außen rein mit Lohns, also heftig viele Lohns. So ein paar Hunde hier mit rein, von allen Seiten so ein paar Lohns. Ich hatte jetzt über 30 Stück, glaube ich, habt ihr ja gerade gesehen. Dann geht das einfach in die Base. Hier wird es gleich ein paar Welpen geben, hoffe ich, die mir das ganze Zeug hier wegmachen. Aber hier ist ja auch nicht mehr viel in der Mitte. Muss man jetzt so sehen und das war es dann auch. Und da war jetzt der kleine Hund dann oder der Baby-Drachen auch nicht mehr nervig. Einer meiner Hunde hat sogar noch überlebt. Und ja, so kann man hier dippen, muss man so sagen, Leute. Da müsst ihr euch selber mal ein bisschen Gedanken machen, was man mit 260 Truppen eigentlich alles machen kann gegen eine Base, die 240 Truppen hat, die eine Rathausstufe unter mir ist. Und das gelingt mir auch nicht immer. Ich weiß, ich habe hier auch schon scheiße und Hurra geschrien. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Dipfels hier, die waren heute grauenhaft. Also gute Angriffe hier. Mortus hat sich hier gut eingelebt, glaube ich. Spritzerei hat wieder heftigst, heftigst abgeliefert hier. Eins auf eins. Im Moment hat er so einen kleinen Run hier, vor allen Dingen mit Pekka-Bobet. Ich weiß nicht, das gelingt auch nicht immer. Im letzten Zikata hat er damit auch nur einen Stern geholt. Gut, also auch diese Kombination ist jetzt kein All-High-Mittel für drei Sterne. Ist jetzt kein Dip mehr hier. Gehört jetzt eigentlich gar nicht mehr hier rein. Aber eigentlich gehört, ist es auch kein Garant hier, wenn du mit dieser Armee hier angreifst, auf alle Bases, die es so gibt, dass du immer drei Sterne holst. Manchmal ist es auch Glück. Die Base muss auch ein bisschen passen. Oder aber, er kann hier, weil ich sehe hier auch, Multi-Infernus vor allen Dingen. Drei Stück nämlich. Da nimmst du nicht unbedingt Pekka-Bobet. Je nachdem, wie weit deine Truppen jetzt so in die Base reinkommen und was sie noch rausnehmen können. Und wie die Bets gesetzt werden. So muss man es auch sagen. Auch den habe ich nicht gesehen. Der war irgendwo im Tag, wo ich dann so ein bisschen mit anderen Planungen beschäftigt war. Ja, aber mal sehen. Hier kommt er aber sehr, sehr gut mit dem Pekka erst mal rein. Und jetzt geht das außen los hier. Mit, hat er richtig, ja gut, er hat gar nicht mal so viel Freeze Spells dabei. Der Multi-Inferno hier wird jetzt nochmal gefrostet. Jetzt hat er eigentlich auch keinen Frostzauber mehr. Aber in der Mitte, die Truppen, werden jetzt, denke ich mal, noch sich so ein bisschen um die Inferno-Türme kümmern. Und so viel haben die Bets gar nicht rausgenommen. Der Bet-Part war eigentlich für einen Anker. Der war eigentlich für einen Anker. Aber ich, das ist jetzt auch nur noch so ein bisschen Außendev da. Und mal sehen, wie seine restlichen Truppen das hier eigentlich noch geschafft haben. Okay, da sind schon überall die Löcher auf hier. Vom King und von den Pekka's. Okay. Und die Heiler haben, glaube ich, auch relativ lange hier in der Base überlebt. Aber ich muss jetzt echt mal gucken, wie er das hier noch weiter gemacht hat. Ah ja, okay, da hinten tankt eine Pekka-Dame, Queen noch im Heck und noch so viele Skelette. Da seht ihr das? Alter, sind das noch viele Skelette. Also, das Dippen muss hier in jedem Fall funktionieren. Dann wird das hier auch wieder was mit dem Clan kriegen. Ich meine, okay, wir haben jetzt einen verloren. Ist auch kein Beinbruch. Ist halt nur ein Spiel. Aber ich denke mal, jeder, der jetzt aus dem Clan hier meine Folge heute sieht, der sagt sich, ja, kann man mal so machen oder muss man auch nicht. Und ich meine, wenn man jetzt nicht so gewandt ist, dann macht man vorher ein paar Freundschaftskriege. So nach dem Motto, gib mir mal einen Zehner, irgendeinen, scheißegal, als elf. Ich muss jetzt Dippen und ich teste mal irgendeine Armee. Muss ich mal leider so sagen. Aber ich teste irgendeine Armee, mal sehen, wie weit ich damit komme, was kann ich mit Luft reißen. Aber so wie in diesem Clan Krieg geht es eigentlich nicht wirklich. Muss ich mal so sagen. Aber egal, ich bin ja noch ein bisschen im Event hier mit dem Rathos 9er und auch da habe ich mir eigentlich so eine CK-Armee rausgepinnt hier, die jetzt im Moment auch im Event gespielt wird. Nämlich, oh, fette Base hier, aber eine Zehner, schade. Die schaffe ich leider nicht. Aber auch der hier 2,8, den nehmen wir mal mit. Ich brauche nur noch ein dunkles mit diesem Account hier. Und auch hier überlege ich immer, wie kannst du eigentlich was machen? Wo ist hier die Queen? Der hat keine Queen, okay, der hat die Queen im Ausbau. Dann kann ich hier sicherlich anfangen zu fallen. Hier hinten mit einem Bogenschützen. Und ich denke mal, ich muss mal eben gucken, hier bekommt der Babydachan, glaube ich, erstmal keinen Beschuss. Denn ich will jetzt über die Flanke hier rein, wo jetzt gerade die Luftabwehr schon schießt. Ja, mit meinen vielen Riesen. Da kann keine Falle sein, das ist das Coole. Weil das Lager da direkt dran steht. Da könnte sicher sein, da liegt keine Falle. Da muss man ja auch immer ein bisschen aufpassen. Das Lager muss allerdings jetzt weg, sonst driften mir meine Helden ab hier. Die setze ich auch jetzt genau da. Denn jetzt müsste auch der King reingehen. Jawohl, King geht rein. Queen geht auch mit rein. Was habe ich denn eigentlich hier drin? Ach, ich habe einen Elektrodachen hier drin. Stimmt, ich bin ja im Event. Gar nicht dran gedacht. Also den Elektrodachen einfach mal hier mit rein gespammt. Und dann kann der hier so ein bisschen in der Mitte aufräumen, auch wenn er jetzt nicht so lange überlebt. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn der hier zweimal schießt, bin ich ganz zufrieden. Muss ich sagen, da muss man sich auch mal so ein bisschen Gedanken machen. Der wird jetzt gerade abgelenkt von den Skellys. Aber meine beiden Helden hier sind noch ganz gut unterwegs. Wo ist denn die Queen? Oh, Queen. Ach, Queen. Naja, okay. Die Queen macht wieder komische Wege hier. Und ich denke mal, hier nehmen wir unseren ersten Heilzauber. Ich habe ja nur zwei dabei. Es ist eine alte Armee hier. Es ist eine alte Armee, die war mal sehr, sehr, ja, wie soll man es sagen? Die war mal sehr, sehr stark in den Klang kriegen. Und die kann man eigentlich auch immer noch gebrauchen, finde ich. Aber man muss ein bisschen mehr Cleanup mitnehmen. Das ist ein bisschen wenig, was der Toto hier dabei hat. Und ja, schön gemacht hier, denke ich mal. Da stirbt jetzt auch leider der Elektro-Drachen. Na, stirbt der da? Ah, schade, er stirbt doch noch. Mist, ich hatte gerade so mein Heil da eigentlich drauf. Okay, aber ich denke dennoch auch mit der rumlaufenden Queen hier. Und ich habe ja noch ein paar Roggis. Jo, das passt. Dann kann ich die auch zünden. Also auch das alte Armee hier immer mal wieder gern gesehen. Ich hätte sie auch gerne eingesetzt im CK. Bin ich leider nicht zugekommen. Aber ich denke mal, die werde ich in jedem Fall wieder mit meinen Rathaus 9er nutzen. Und ich gucke jetzt mal gerade auf den Tacho 2037. Ich gehe gleich in den Livestream. Also ihr seht die Folge eigentlich einen Tag später, als dass ich sie aufnehme. Ja, oder einen Tag eher. Je nachdem, wie man es auch immer eigentlich nimmt. Ja, das sieht ganz gut aus. Aber ich kann es gar nicht vorspulen, okay? Das ist nicht so schlimm. Aber trotzdem habe ich mal wieder meine Pausentaste geduckt. Okay, da gab es jetzt so einen ganz, ganz kleinen Einschnitt von einer Sekunde gerade noch so gemerkt, dass es wieder rot wurde. Okay, aber kann man mal so machen. Und ich muss glaube ich noch ein, zwei Angriffe mit dem hier machen. Das mache ich heute Abend im Livestream. Ich hoffe, ihr wart mit dabei. Keine Ahnung. Und ihr seid auch heute im Livestream mit dabei. Denn am Donnerstag gibt es auch einen Livestream. Den habe ich glaube ich schon geplant. Wenn es denn so ist. Ich habe auch schon ein Subnail bekommen. Ich habe die Zeit schon bekommen. Ich hoffe, ihr freut euch auf einen netten Donnerstag-Stream mit mir auf YouTube und auf Twitch.tv. Bis heute Abend. Euer Toto. Clashed. Euer Toto. Euer Toto.